Freunde, es erfüllt mich mit Geilheit und voller Vorfreude auf die Zukunft, euch noch in diesem Jahr diese News vorstellen zu dürfen, Freunde. Das bestätigt mich abermals. Das bestätigt auch, dass die Bitcoin-Maxis einfach nur Maxis sind und Sektenanführer, ja, DLT, unsere ausgewählten Utility Coins, wie zum Beispiel HBAR, XRP, Algorand, XTC und genau um XTC geht es heute in diesem Video, Freunde. Es erfüllt mich auch mit Stolz einfach hier ein XTC-Investor zu sein und investiert zu sein. Auch Glückwunsch an euch da draußen, die im Bärenmarkt XTC eingekauft haben für ein Überschnäppchen an Preis, Leute. Und einfach, einfach genießen, Leute. Let's rein in dieses Video. Utility, Fundamentals, TradeFi. Leute, ich stelle euch all dies auf meinem Channel zusammen. Also, was YouTuber, also was größere YouTuber einfach links liegen lassen an News und Maxis erst recht, das findet ihr hier auf meinem Channel. Also gerne noch ein Abo, ein Like und ein Algo-Push allgemein hier dalassen, damit auch dieses Video und die Information darin auch in die YouTube-Welt nach außen getragen werden. Und, dass viele Leute einfach nicht immer so einen Stock im Arsch haben, was Investments betrifft. Es gibt nur XRP, es gibt nur Quant, es gibt nur Bitcoin und alles andere ist scheiße. Leute, die Welt ist so viel komplexer und so viel geiler. Und, und das möchte ich euch einfach hier in diesem Video hier nochmal bezüglich XTC zusammenfassen. Und, welche zwei Firmen hier eine Firma rund um XTC hier gegründet haben. Denn, so wird die Zukunft aussehen, Leute, so wird die Zukunft aussehen mit ein paar Handvollen, ja, wenige Utility Coins. Ja, deswegen, Leute, schauen wir uns hier heute an. SBI Holdings hat eine Partnerschaft mit TradeFinex Tech Ltd, das Joint Venture Unternehmen SBI XTC Network, APEC, so heißt das Ganze und Co. Ltd gegründet. In diesem Video werden wir die Hintergründe, Ziele und Projekte dieses aufstrebenden Netzwerks erkunden. Und, was sehen wir hier gleich am Anfang dieses Videos? Ich hoffe, wir erinnern uns an die Ankündigung vom 29. September 2023, in der die Absicht zur Gründung des Joint Ventures zwischen SBI Holdings und TradeFinex Tech Ltd bekannt gegeben wurde. Ja, dementsprechend hier auch die News vom 29. September. SBI Holding und TradeFinex bündeln ihre Kräfte, um das XTC Netzwerk in Japan zu stärken. Das Hauptziel dieses Joint Venture ist die Effizienzsteigerung im Bereich des Handelsfinanzwesens durch die Nutzung der Blockchain-Plattform XTC Network. PS zu XTC habe ich euch schon zig Videos hier zusammengefasst. Hier einmal zum Beispiel, was bitte wird hier gespielt? Die Zukunft wird auf WeChat aufgebaut. XTC bodenlos sowas. Ja, XTC Network, Enhanced DeFi with Securities, Cutting Edge Compliance Tech. Schaut es euch an Leute, das sind tatsächliche, wahre, reale Lösungen bezüglich XTC Netzwerk und TradeFinex, also dem traditionellen Finanzsystem. Ja, auch hier, XTC bereit für die Lösung und Anwendung. Erste weltweite Cross-Border-Handelstransaktion durchgeführt zum Beispiel. Dann zum Beispiel hier mit Impel und L3 kommen auch gleich dazu. Achtung, Ripple, Konkurrenz ist da. Ja, Impel und L3 mit XTC Network für grenzüberschreitende Zahlungen. Leute, kein einziges Blockchain wird eine Nische oder irgendetwas für sich alleine ergattern. Wird es nicht geben. Wird es nicht geben. So, Leute, also wir haben hier gehört, SBI Holdings und TradeFinex. Leute, nur um, ich sage es euch immer wieder, solche Informationen zeige ich euch, ja, weil Bitcoin Maxis, hm, ja, das ist alles nur Scam. Alles nur Scam, nur Bitcoin ist hier das Wahre. Alles andere ist nur Scam. Ja, hm, hm, okay, schauen wir uns mal SBI Group an. Hm, wer, hm, März 2023, September 2023. Umsatz 272,52 Milliarden. Oh, gut, die bauen jetzt einfach ein, ähm, oder, ja, bauen das Netzwerk hier oder ihre Infrastruktur und eine extra Firma rund um XTC-Netzwerk auf. Ja, es ist nicht Bitcoin. Also, wir lassen uns das scammen, ja, wir investieren zwar sauviel und haben auch sauviel Umsatz, 272 Milliarden zum Beispiel, dementsprechend auch die Aktie hoch, aber, äh, ist okay, ist okay. Dann TradeFinex zum Beispiel, das sowieso rund um XTC aufgebaut ist, TradeFinex, ein institutionelles ISO 222 konformes, nicht verwahrtes Protokoll für Handelsfinanzierung, das auf der Standardisierung und der integrierten Liquidität des XTC-Netzwerks über Fathom, Dollar, FXD basiert zum Beispiel. Ja, hier natürlich auch, äh, Quader mit Inbegriffen oder Fett dabei. Also, Leute, das sind hier keine Pipifax-News, ja. Hier nochmal, äh, zur Ergänzung oder zur Durchleuchtung über XTC-Netzwerk. Das XTC-Netzwerk wurde 2017 ins Leben gerufen und ist eine Blockchain-Plattform, die von der Community entwickelt wurde, um den Handel effizienter zu gestalten. By the way, wurde am Anfang auf dem Ethereum-Netzwerk gestartet und, äh, man migrierte hier halt auf sein eigenes Netzwerk und das haben sie natürlich Gott sei Dank gemacht und gut gemacht. Diese Hochleistungs-Blockchain bietet eine sichere und kostengünstige Umgebung für die Tokenisierung von Vermögenswerten, den Handel von Waren und die elektronische Dokumentation von Handelstransaktionen. Blockchain-Data, ja, zwei Sekunden, 0,001 Fees, Smart Contract natürlich vorhanden und, wie gesagt, energieeffizient, äh, 99% Lower Carbon, Footprint und, ähm, ja, 2000 Plus. TPS, das Ganze und, äh, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Leute. Der Präsident persönlich hat hier das Ganze getwittert, ja, SBI XTC, SBI XTC Network, APEC, so weiß das Ganze. Hier unser, keine Ahnung, ich kann noch kein Japanisch, SBI VC Trade, repräsentativer Direktor und Präsident SBI, Liquidity Market und so weiter. Und hier dementsprechend die News, wir können kein Japanisch, keine bange Ankündigung der Gründung von SBI XTC Network, APEC Co. Ltd., einem Joint Venture mit Trade Finance Tech aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das XTC Network betreibt. Indem es heißt, die neu gegründete Firma SBI XTC Network, APEC Co. Ltd., hat ihren Sitz in Tokio und ist mit einem Grundkapital von 3 Milliarden Yen ausgestattet. Ja, aber die lassen sich scammen, wie gesagt, es gibt nur das einzig, warte, ist Bitcoin, Leute. Also, ja, wir sollten hier einen offenen Brief von SBI Holdings senden, aufpassen, ja, aufpassen. Die SBI Gruppe hält 60%, während Trade Finance 40% der Anteile besitzt. Das Unternehmen wird sich auf das Marketing und die Geschäftsentwicklung des XTC Networks konzentrieren. Und hier, wie gesagt, nochmal die vielen Infos vom Direktor selber. Die SBI Gruppe geht bereits jetzt eine wegweisende Partnerschaft ein, indem sie eine Proof of Concept-Initiative mit SBI R3, Japan und Impel Global Inc. startet. Wie gesagt, dazu schaut euch meine drei Videos hier an, unten in der Videobeschreibung nochmal für euch hier parat, damit ihr auch hier wirklich zack und pack im Klaren seid. Hierbei wird Corda, ein privater Blockchain mit XTC Network, einer öffentlichen Blockchain, über Corda Bridge verbunden. Denn so sieht das Ganze dann aus. Hier für euch nochmal, ja, mehr oder weniger schön dargestellt, sage ich jetzt mal. Diese Initiative zielt darauf ab, Fiat-Zahlungen zwischen Unternehmen über XTC zu ermöglichen. So sieht das Ganze aus, Leute. Ja, hier auch nochmal Corda für euch. Unten in der Videobeschreibung. Hauptsache Corda R3 habe ich auch nochmal ein Video, ein Extra-Video gemacht damals, vor einem Jahr ungefähr. Ripples Konkurrent Teil 2, R3 mit ihrer Corda und Konklave Plattform. Also Leute, deswegen ist es so unheimlich wichtig, einfach diversifiziert zu handeln und zu investieren. Aber keine finanzielle Beratung, das mache halt ich so, weil ich mir hier nichts entgehen lassen möchte. Und da ist halt Maximalismus einfach fehl am Platz, ja. Und ja, Sektenähnliche Gedanken und Gefühle zu hegen für irgendein Projekt. Da lässt du dir so vieles entgehen. Also schaut euch unbedingt auch noch die offizielle Webseite von SBXTC Network APEC an. Auch in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Dort findet ihr weitere Details zur Unternehmensstruktur, zur Geschichte des XTC Networks und zu den geplanten Aktivitäten des Joint Ventures. Sehr interessant. Lest es euch durch. Diese Webseite dient auch als Informationszentrale für Interessierte und bietet einen Einblick in die Innovation, die das XTC-Netzwerk in globalen Wirtschaft einführen wird. Also TradeFi, das traditionelle Finanzsystem und XTC-Leute gehen so Hand in Hand, meine willigen Kryptofreunde. Also Fazit, das Joint Venture zwischen SBI Holdings und Trade Finance Tech Ltd markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer effizienten und transparenten Handelsfinanzwelt, Leute. Reale Anwendung. Und dann wisst ihr erst, ja, wo die Reise hingeht. Nämlich nur nach oben. Nur nach oben. Ja, ich werde natürlich die Entwicklungen weiterhin gespannt verfolgen und euch auf dem Laufenden halten. Von daher hier auch nochmal, ja, Glocke aktivieren. Gerne ein Abo dalassen und wie gesagt, den Ago einfach pushen, damit solche News einfach die Runde machen. Damit wir auch anderen helfen, ja, mal über dem Tellerrand hinaus zu denken. Und nicht nur in eine Nische hier sich festzubeißen. Denn das finde ich einfach nur sehr, sehr schade. Freunde, ich wünsche euch einen fetzengeilen Gaudi und einen fetzengeilen Rutsch ins neue Jahr 2024. Wahnsinn, 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 2024. Ach, ja, was soll ich da sagen? Brutal. Ja, mehr gibt es da nicht von mir zu sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische und gestärkt im nächsten Jahr 2024 im Januar. Und bleibt es mir gesund und lasst ein paar Böller ballern. Also, krachen. Ciao, ciao. Euer Abon. Was Colleen Ich weiß, schade für uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017